Heidi Klum, Nacktfoto von ihrem Tom, jetzt schießt sie den Vogel ab. Heidi Klum ist dafür bekannt, gerne einmal tief blicken zu lassen und ihre Kurven im Netz zu präsentieren. Muss nun auch ihr Gatte Tom Kaulitz dran glauben? Die Model-Mama spricht jetzt offen über ihr Lieblingsfoto ihres Gatten. Heidi Klum zeigt gerne, was sie hat. Auf Instagram präsentiert sich die Germany's Next Topmodel-Chefin immer wieder in heißen Outfits und lässt dabei tief blicken. Ebenfalls immer wieder mit von der Partie, ihr Gatte Tom Kaulitz. Dass das Ehepaar noch immer verliebt ist, wie am ersten Tag, zeigt es des Öfteren ungeniert im Netz. Doch geht Heidi jetzt wirklich so weit und zeigt ihren Fans ihr Lieblingsfoto ihres Mannes? Dieses soll nämlich ganz schön hüllenlos sein. Heidi Klum, intime Beichte. Sie liebt Nacktfotos von ihrem Tom. Dass Heidi und Tom in ihren eigenen vier Wänden gerne im Adam- und Eva-Kostüm herumlaufen, ist nach dem ein oder anderen Instagram-Post längst kein Geheimnis mehr. Doch scheinbar schicken sich die beiden, auch wenn sie einmal nicht zusammen sind, schlüpfrige Fotos hin und her. In einer Fragerunde auf Instagram ließ Heidi Klum nun durchsickern, dass auch ihr Lieblingsfoto von ihrem Göttergatten Tom Kaulitz wenig Stoff beinhaltet. Sie gibt zu. Natürlich ist es sein erstes, nacktes Spiegel-Selfie, das er mir jemals geschickt hat. Heidi Klum Doch bevor ihre Fans sich Hoffnungen machen können, einen Blick auf dieses Lieblingsfoto der Model-Mama erhaschen zu dürfen, fügt Heidi Klum hinzu. Offensichtlich kann ich euch das nicht zeigen. Solche Aufnahmen sind nur für das Paar ganz exklusiv bestimmt. Das verstehen sicherlich auch ihre Fans. Auf intime Einblicke in die Beziehung der 50-Jährigen und des Tokio-Hotel-Gitarristen müssen ihre Anhänger jedoch gewiss trotzdem nicht verzichten. Aufmerksamkeit 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 Untertitelung des ZDF, 2020